Also für mich als Studentin ist es besonders wichtig, eine Uni zu studieren, die einen guten Ruf hat und die mich fördern kann. Ich bin extra dafür nach Dresden gekommen, weil die Uni so einen guten Ruf hat. Und genau eben ist es wichtig, auch die anderen Bereiche nicht nur eine spezifische Richtung, wie die Technische Universität aufweist, die technische Richtung zu unterstützen. Ich bin aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, werde dort gut gefördert, darf gute Projekte mitleiten. Und das ist eben nur möglich, wenn die Uni einen Exzellenzstatus beibehält. Und deshalb ist es besonders wichtig für die ganze Region und für alle Dresdner, eben diese Bewerbung zu unterstützen.